Guten Abend miteinander. Heute möchten wir Ihnen zeigen, was GOP alles unternimmt, um die Qualität der Produkte garantieren zu können. Zum Beispiel bei der Midi-Gemüsekonserve. Da wird schon gut vorgesorgt, bevor das Gemüse anfängt zu wachsen. Wie kann man aber schon vor dem sehen, die Qualität des Gemüses zu verbessern? Ganz einfach, indem man auf die Qualität des Bodens achtet. Es ist ja logisch, eine Pflanze kann nur so viel aus dem Boden nehmen, wie dieser Boden auch geben kann. Darum besorgen erfahrene Landwirte im Auftrag von GOP den fachgerechten Anbau auf Gemüsefelder, wie wir das hier gerade sehen. Damit das Gemüse garantiert gesund ist, wird der Gehalt vom Boden laufend von Spezialisten geprüft. So kommt nur Gemüse von allerbesten Qualität direkt vom Feld in die Produktion. Dort wird es unter modernsten hygienischen Bedingungen erntefrisch haltbar gemacht. Jetzt ist bei GOP gerade eine Grossaktion, wo Sie sechs verschiedene Gemüsekonserven zu unschlagbaren Preisen bekommen. Zum Beispiel mittelfine Bohnen, feine Erbschen oder fix fertige Röste. Alles mit Qualitätsprodukten. Wissen Sie jetzt, wie die Qualitätsmarke für Gemüsekonserven bei GOP heisst? Dann schreiben Sie es auf eine Postkarte und schicken Sie diese als GOP Mittwochstudio Postfach 4099 Basel. Sie nehmen das so am Februarwettbewerb teil, wo Haushaltungsgeld im Gesamtwert von 10'000 Franken zu gewinnen ist. Einsendeschluss ist der 27. Februar. Auf Wiedersehen miteinander, bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Und vergessen Sie die Aktionen nicht, die jetzt gerade kommen. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei GOP 1 kg Weissmehl für Sagen und Schreiben 95. 2 Gläser an 400 g Midi Delikatessegurken für nur 2.30 Franken. Beim GOP Bohnenkaffee sparen Sie jetzt 50. Nämlich beim koffeinfreien Bonsoir und beim Espresso. Und für 95 g gibt es bei GOP 2 Dosen an 420 g geschälte Tomaten Midi, 500 g Bonjour Pflanzenmargarine mit 10% Butter kostet nur 2.10 Franken. Der 1 A Dillseite Käse gibt es offen oder vorverpackt zum günstigen Kilopreis von nur 9.20 Franken. 48 Huguenel Wegwerfwindeln kostet nur 4.90 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei GOP 500 g 1 g von diesen feinen Napoli Spaghetti aus reinem Hartweizengris für ganze 90 Gramm. Und hier noch etwas, um schlank zu bleiben. Die Affagreppfrühe, die ja viele Fruchtsäure, Vitamine und Spurenelemente haben, gibt es jetzt bei GOP, dieses Wochenende, zu einem absoluten Tiefpreis. Alle diese Angebote gibt es ab morgen in allen Coop-Lädern. Auf Wiedersehen! impresionantighверne dibujete SSG www.sgm Marcus Esse Excel